Herzlich Willkommen zu Global Domination. Spiele alle Playstation Spiele an und wir sind im März 1999, genau. Wir haben hier ein Action-Strategie-Spiel, nennt sich das, glaube ich. Du hast die Welt Anfang der 2000er und die bekriegt sich halt, ne? Komplett. Gibt keine UNO mehr, gibt kein Amerika, ist in der Spaltung und naja, alles blöd. Ich werde, glaube ich, überspringen. Sequenz ist okay, ne? Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt rein. Ich bin mal gespannt, wie sehr ich mich zurechtfinden werde oder er nicht. Naja, wir schauen mal. Okay, Ziele verteidigen sie mit Amerika, Argentin, den greifen wir uns schon wieder an. Nur Defensivsysteme nutzen. Aktivieren, Defensiv-Taste, äh, wer, okay. Abwehrraketen starten. Starte Global Domination. Hm. Später hast du dann auch Atomwaffen. Wann sicherer Raketenabschuss gemeldet. Achso, das sind wir. Na, machen wir nicht. Ein Ultraland an. Mittelamerika. Wann? Angriffskruppe außer Gefecht. Hör mal. Oh, jetzt habe ich Südamerika, glaube ich, angegriffen. Ah, Mist. Mittelamerika. Feindlicher Raketenabschuss gemeldet. Feindlicher Raketenabschuss gemeldet. Wir sprechen ein Ultraland an. Mittelamerika. Feindlicher Raketenabschuss gemeldet. Komm, rauf auf Kolumbien. Komm, hier. Ich glaube, jetzt zerstören wir es gerade. Oh, ich kann ranzoomen. Okay. Passiert. Ein Unfall. Immer voll drauf. Angriff gegen Argentinien unternehmen. Oh, guck mal. Guck mal, die Rakete. Argentinien, es tut mir leid, aber ihr habt angefangen. Ihr habt angefangen. Was soll ich machen? Wie, jetzt sollte ich nur defensiv und hier ran? Das Land ist... Okay. Okay. Ich glaube, das war das jetzt mit Argentinien. Ja, ne? Ja. Auf da. Was? Nordafrika hat sich verbundet. Nordafrika nur ein Zerangriffsraum. Okay. Ähm. Ja, rauf da. Ja, aber kann ich hier angreifen, bitte? Bitte greif mal an. Kann ich hier irgendwie abziehen? So. Was ist denn das für ein Spiel? Vielleicht hätte ich irgendwie doch mal nach dem Tutorial gucken sollen. So, wer bist du hier? Vorräte niedrig. Vorräte niedrig. Vorräte aufgebraucht. Aber bleibende Zeit, okay. Kann ich hier nachrüsten irgendwie? So. Ich glaube, Argentinien ist zu Matsch. So, ich gehe hier nochmal. Kann ich jetzt hier so ein bisschen runter? Ja, genau. Ist das denn wieder Vorräte? Ja, oder? Guck mal, dann gehen wir mal. Vorräte niedrig. Vorräte aufgebraucht. Vorräte niedrig. Vorräte aufgebraucht. Vorräte niedrig. Mittelamerika wird angegriffen. Noch mal Nordafrika platt. Feindlicher Raketenabschuss gemeldet. Ja, passieren. Sollen alle in ihren Häusern bleiben und dann ist auch gut irgendwo. So. Die sind erstmal wieder ruhig. Da können wir wieder voll auf, äh, von der Lotte auf Argentinien gehen. So. Vorräte aufgebraucht. Mittelamerika wird angegriffen. Na ja, mal. Ja. Was ich mal gucken will. Ist jetzt Blödheit, ne? Na gut, so schnell kann es gehen, ne? Schwierig. Sehr schwierig. Äußerst schwierig. Ich bin mal, äh, gespannt, ich, äh, es gab hier, Angriffsquote, Abwehrquote, okay. Wir haben halt sehr viel angegriffen. Nicht alles, ne, nicht alles. Ne, ist okay. Äh, gehen wir hier mal auf Ben. Und schauen uns, äh, Schwierigkeitsgraders auf einen Fall. So, irgendwo gab es hier doch auch noch. Ne. Hier, guck mal, kannst du ja auch deine eigenen Konflikte machen, mal sehen, was passiert auf Info. Ja, cool. Das ist natürlich sinnvoll, ja. Aber eigentlich müsste er mir das doch irgendwie, ja, erklären können, was wie passiert. Oder ist das wieder so ein Ding, was einfach nur im Handbuch steht. Was? Ja. So, nur im Defensivsystem benutze. Aktivieren, Defensiv-Taste. Mhm. Ähm. Okay. Okay. Starte Global Domination. Okay. Mittelamerika. Sorry. Ist gut. Was ist denn? Wir greifen ein Ultraland an. Mittelamerika. Mittelamerika. Problem ist ja, ich habe mir selbst angekündigt. Äh. Was sagt mir das hier? Die greifen ein Ultraland an. Mittelamerika. Ja, okay. Ich greife jetzt selber an. Mittelamerika. Feindlicher Raketenabschuss gemeldet. Mittelamerika. Was ist die Defensiv- Ah, guck mal, guck mal. Aber mir müsste halt irgendjemand die Symbole erklären. Guck mal, das doch. Na ja, ne? Schon. So. Nämlich. Hm. Kann ich, ah, guck mal, hier kann ich auch Sachen machen. So. So. Da war bei beiden Hirnfallung. So, die bekriegen sich und ich überleb' jetzt, oder was? Zeig mir nochmal. Wow. Argentinien. Ja, Argentinien sieht nicht mehr so ganz schön aus. So. Und jetzt haben die, was, was passiert da? Nordafrika. Nordafrika hat sich verbündet mit Argentinien. Was denn? Feindlicher Raketenabschuss gemeldet. So. Jetzt hier Nordafrika. Andere auf Mittelamerika steht bevor. Nordafrika. Großfläche hier rein, da. Nordafrika. Wie sieht's bei uns aus? Mittelamerika. Was ist denn unser Leben? Gleich die 27. Nordafrika. Ja, Nordafrika sieht so ein bisschen fällig aus. Angriff gegen Nordafrika unternommen. Nordafrika. So, hier fliegt auch gerade ein Flugzeug. Kann ich auch so schießen? Wer jetzt kein anderes Land eigentlich angegriffen soll und der macht. Mittelamerika wird angegriffen. Schwierig. Angriff gegen Nordafrika unternommen. Nordafrika. Ich glaube die haben zu kämpfen. So, das heißt ich müsste jetzt hier hin gezielter oder was? Ja, mal sehen was jetzt passiert. Jetzt würde die ankommen. Okay, okay, okay. Ach, und die reparieren nebenbei oder was? Vorräte niedrig. Nordafrika. 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 Mittelamerika. Bei uns würde es ja an sich gut aussehen, ne? Dem ist top, anscheinend. Klimanlag ist ausgefallen, warum? Vorräte niedrig. Vorräte aufgebraucht. Vorräte niedrig. Vorräte aufgebraucht. Vorräte niedrig. Hier, hier, hier. Das ist das. Nordafrika. Global Domination. Mission gescheitert. Ja gut, muss man sich einarbeiten. Soll wohl Spaß machen. Grafik hat es halt nicht das Highlight, aber hat ganz gute Kritik bekommen bei Maniac. Hab halt wie immer keinen Plan, was überhaupt passiert. Hab mich kurzzeitig sehr unterhalten gefühlt. Schade. Hat halt nicht so geklappt. Wenn es gefallen hat, super, super gerne. Daumen nach oben. Kommentar bei ganz, ganz lieben Spiele. Alle Playstation Spiele an. Euch einen wunderschönen Abend und bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.